Wenn der Walddorfer Dekan Gustav Werner seine Wirkungsstätte nicht nach Reutlingen verlegt hätte, dann wäre sein Waisenhaus sicherlich nur von lokaler Bedeutung für das heutige Waldorf-Häslach gewesen. Doch mit dem Rettungshaus Gottes Hilfe auf dem heutigen Stadthallengelände legte er den Grundstein für eine landesweite soziale Einrichtung. Mittlerweile jährt sich dieser Umzug zum 175. Mal und die Bruderhausdiakonie feiert das mit einem Jubiläumsjahr. Proben für das Theaterstück. 175 Jahre Gustav Werner in Reutlingen in Württemberg. An der Aufführung am 15. Februar in der Freien Georgenschule sind 120 Mitwirkende aus verschiedenen Einrichtungen der Bruderhausdiakonie beteiligt. Ob Menschen mit Behinderungen, Jugendliche, Ältere oder Menschen mit psychischer Erkrankung. Wir begleiten in dem Stück Gustav Werner in seiner Kindheit und Jugend und bis zum Einzug nach Reutlingen. Und verlassen dann eigentlich seine Biografie und zeigen vor allen Dingen sein Wirken, also das, was er hinterlassen hat und wie sein Erbe in den einzelnen Einrichtungen genutzt wird. Sein Erbe, das sind Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder Fahrradwerkstätten, die Menschen für den ersten Arbeitsmarkt fit machen sollen. Und viele weitere Einrichtungen, die über ganz Baden-Württemberg verteilt sind. Doch angefangen hat alles mit einem Waisenhaus. Sein erstes Interesse hat den Kindern und Jugendlichen gegolten. Das ist auch das geblieben, was das ganze Leben hindurch getragen hat. Es war ja eine Rettungshausarbeit und er hat eben das Ziel gehabt, in den Kindern die besten Kräfte zu fördern und zu entwickeln und nicht durch Strafen sie zu ziehen, sondern durch die Liebe. Mit zehn Kindern und zwei Mitarbeiterinnen zog Gustav Werner 1840 nach Reutlingen um. Wo heute die Stadthalle steht, sah es früher so aus. Zwischen Konrad-Adenauer-Straße, Echatz und Eisenbahn erstreckten sich die Wernerschen Anstalten, wo seine Zöglinge eine Ausbildung erhielten. Unter ihnen auch Wilhelm Maybach, der hier auf Gottfried Daimler traf. Ohne den Umzug wäre diese Entwicklung zur heutigen Bruderhausdiakonie sicher nicht möglich gewesen. In Reutlingen, in der Freien Reichsstadt, mit ihrem Selbstbewusstsein, auch mit dem Bürgertum, das das Werk ja dann ganz nachhaltig auch unterstützt hat, im Rahmen dieser aufstrebenden Industriestadt, da hat Gustav Werner mit seinen Ideen einen sehr fruchtbaren Boden gefunden. Mit zahlreichen Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt, begeht die Bruderhausdiakonie das Jubiläum, darunter auch eine Wanderung entlang des Gustav-Werner-Weges, von Waldorf bis Reutlingen, in mehreren Etappen. Dass man einfach diesen historischen Weg abschreitet, den Gustav Werner damals mit zwei Helferinnen, zehn Kindern, die in seinem Haushalt Heimat gefunden hatten, Waisenkinder, dass man diesen Weg nochmal geht und an verschiedenen Etappen vorbeikommt, wo er gewirkt hat und wo die Bruderhausdiakonie heute wirkt. Wie die Bruderhausdiakonie wirkt und für welche Menschen sie da ist, davon jedenfalls können sich die Besucher des Theaterstücks ein Bild machen.